Hallo Alizu Salmon. Es ist Juni-Day Kunststoffmodelsystems-Tuber. Weltberühmtes Auto Deutschland Volkswagen es ist. Übrigens das Aussehen dieser Körperbemalung es wurde am 1. September letzten Jahres aufgenommen. Dieses Mal werde ich die Arbeit wieder aufnehmen wir werden es als Neustart senden. Wir konzentrieren uns immer noch auf Dodge Challenger als Video wurde es nur viermal aufgenommen. Ich habe es schon lange verlassen. Ich habe den Körper dieses Käfers gemalt, als ich Lamborghini gemacht habe. Der Mond fließt schnell. Ich bin angekommen, bis ich angefangen habe, den Körper zu bemalen. 2020 werde ich mein Bestes geben. IELISS Video wurde dieses Jahr gedreht. Derzeit arbeite ich hart. Ich habe die Vorder- und Hinterradaufhängung und das Fahrwerk zusammengebaut. Ich nahm die Arbeit wieder auf. Die Dreharbeiten laufen reibungslos. Ich plane, die deutsche berühmte Autokäfer-Serie parallel zur amerikanischen berühmten Autoserie herauszubringen. Freuen Sie sich darauf. Bitte warten. Wir spielen wieder!